Ja, jetzt gehe ich nochmal den umgekehrten Weg. Ich habe mein vorgehendes Projekt geschlossen, sage aber nochmal Projektmappe. Und diesmal möchte ich nicht eine Vorwärtsplanung haben, sondern ich sage Enddatum, also an diesem Freitag, den 20. März, muss diese Mappe fertig sein. Und sage OK. Und wenn ich jetzt entsprechende Vorgänge eingebe, also wenn ich jetzt wieder habe, Deckblatt, Gestaltung, dann die Arbeitsplanung und dann der Ausdruck, dann endet praktisch alles am 20. und wenn ich hier auch entsprechend die Tage definiere, für die Arbeitsplanung machen wir mal drei Tage, der Meilenstein, dann machen wir null, dann richtet sich praktisch alles an diesem letzten Tag aus. Und man sieht auch hier, der größte Vorgang ist wieder der kritische Vorgang. Hier muss gleich begonnen werden, während der hier so im Raum schwebt, es sei denn, ich schaffe wieder eine Abhängigkeit. Ich verknüpfe also das Deckblatt mit der Arbeitsplanung und mit dem Meilenstein. Und man sieht dann, der Meilenstein ist der letztmögliche Termin und alles schiebt sich nach hinten raus. Und ich sehe dann praktisch, wann ich spätestens beginnen muss mit dem Projekt, wenn ich hier die entsprechende Zeit eingeplant habe. Vielleicht noch ganz interessant, ich kann hier die Vorgänge entsprechend sehen, also Arbeitsplanung Schritt 2 hat den Vorgänger 1. Also ich hätte hier auch, wenn ich das hier rauslösche, das händisch eintragen können. Also nach dem Arbeitsplan ist der Vorgänger 1 und beim Ausdruck ist der Vorgänger die Position 2. Und ich kann auch noch sagen, Kolonne hinzufügen. Und wir haben einmal den Vorgänger und wir hätten aber auch einen Nachfolger. Jetzt müssen wir das etwas nach rechts schieben und dann schieben wir mal diesen Nachfolger und Vorgänger hier hin. Und dann kann man das besser sehen. Also von dem Vorgang 1 ist der Nachfolger 2, 2 ist der Vorgänger 1. Und so hätte man jetzt praktisch auch diese Verknüpfung entsprechend zuweisen können.